Also das was ich mir gedacht hatte war, der hat ja vier Knöpfe, sein Mantel hat vier Knöpfe. Und Knöpfe ist ja auch Knopf um Sachen zu drücken zum starten. Also das war so der Gedankengang, weißt du was ich meine? Knopf hat zwei Bedeutungen. Die Leute haben noch Handy-Dinger mit Knöpfen, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne, deswegen, das Handy spielt danach erst eine Rolle beim Encoden, das heißt, man muss irgendwie drauf kommen, dass er vier Knöpfe drücken will oder sowas. Also dass man irgendwie auf die Knöpfe zum starten kommen soll. So, heute, was geht ab, Leute? Spitzewirtschaft, ich habe gestern das Wochen-Special nicht bekommen, das war schon ausverkauft. Aber heute gehen wir uns direkt. Busy, busy, busy morgen hatte ich schon ein fettes Meeting mit meinem Kollegen bezüglich Hungstour. Da haben wir schon ordentlich reingommen, Tour 2, demnächst am Start und Tour 3 wollen wir durchhusteln. Weil bei Tour 2 haben wir uns schleifen lassen, dann kommt Tour 3, das wird fett und dann Mai M steht für Marketing-Monat. Da wird es dann abgehen, hoffentlich, hoffentlich. Ich bin mir schneller Sandwich und dann habe ich direkt danach noch ein Meeting mit dem Groupstypen, meinem neuen Auftraggeber. Der macht auch Druck, aber wir sehen nicht, wie nennt man das, dieselbe Linie. Also der hat so unterschiedliche Vorstellungen von Influencern, wie schnell das geht, wie viel er den bezahlt, die Reichweite, was gut ist, was schlecht ist und so weiter. Aber naja, auf jeden Fall jetzt erstmal ein softiges Sandwich. Jo, nix feines, Leute. Ich habe ja mal erzählt, dass wir ein softiges Sandwich machen wollten. Wenn wir uns. Uh. Ich habe nicht ganz gecheckt, was hier alles drin ist. Ob das vegetarisch ist oder nicht. Schau mal. Also ich muss sagen, viele dieser Sandwiches haben so viel Frischkäse und so viel... Oh, das ist geil, dieses Käse-Ding. Also dieses gebratene Käse-Ding, das hier. Ich bin nicht so ein Fan von Frischkäse, muss ich ehrlich sagen. Schau mal, dieser bisschen hier, das ist doch alles nur Frischkäse. Von dem habe ich ein bisschen Ekel. Ich sehe Pilze, ich sehe Zwiebeln. Man kann den Frischkäse einfach weg lassen, man. Ohne wäre viel geiler. Aber ich muss sagen, das ist der mein... ...den, den ich am wenigsten mag. Boah. Okay, so schlecht war der nicht. Jetzt ist halt, anstatt Frischkäse, eine geile saftige Soße. Ein paar Fleischstücke rein. Leute, uns wurde der beste Leverkies Münchens versprochen. Aber gab es nicht was? Richtig enttäuschend. Wir haben nur vormittags auf. Nachmittags haben die leider nicht mehr auf. Schade, schade. Wir haben uns trotzdem was gegönnt. Paar Mochi. Eis-Mochi. So, wieder zu Hause angekommen. Stream ist live. Die Jungs sind am Start. Jetzt muss noch der Vlog von heute geschnitten werden. Serious Business Daily Vlogger. Grüße gehen raus. Für alle, die vorbeischauen. Noch nicht so viele. Hier wird noch ein bisschen montiert. Setup wird immer besser. Das haben wir auch bestellt. Ihr wisst Bescheid. Seid ihr gehypt, Leute? Ja, man. Gehypt ist real. Oh, yes! Wir haben hier Chong, Mr. Shisha. Ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass wir mal zeigen, wie er eine Shisha zubereitet. Er erzählt, welchen Tabak er so raucht und so. Das fang aber ernst viel immer. Ja, das ist echt viel. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Also, was jetzt richtig wichtig ist, wir nehmen richtig eiskaltes Wasser. Heute machen wir es ein bisschen anders. Ja, wir machen heute ein bisschen frisches Wasser. Obwohl, das schmeckt man gar nicht so viel aus. Aber trotzdem machen wir das. Wir tun erstmal eiskaltes Wasser rein. Heute tun wir noch ein bisschen Milze erst noch heute mit rein. Okay, richtig extra, Roger. Für die Frische heute. Ja, extra für dich. Weil du das sehen wolltest, wie wir das machen. Wir tun noch ein bisschen die frischen Blätter rein. Die Stängel brauchen wir nicht, weil die Stängel sind meistens bitter. Wir nehmen die Blätter. Ein bisschen Stange geht auch. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir tun das alles hier rein. Niko, was ist los? Rotat ist auf den Chat, Digga. Ich wollte bei euch nicht reinkriegen. Oder darf ich nicht? Bei uns ist kein Problem. Achso, man. Also Chat, ich darf reingehen. Super saftig. Tun wir uns auch noch schön mit rein. Schreibt mal ein paar Vorschläge für neue Videos. Ich brauche Vorschläge. Schreibt es rein, wenn ihr eine super saftige Shisha-Bar habt. Ich habe das schon mal als Vorschlag gemacht, Mann. So, wer öfter ist der super saftige Shisha-Bar? Das ist echt so schön. Rein, das ist eine Mission. Richtig schön, super saftige Shisha-Bar. Twitch-Stream. Konsolen-Game. Karaoke. Ja, aber Karaoke. Oh mein Gott. Kogelsachen, Snacks. Oh mein Gott. Kogelsnacks. Oh mein Gott, wie krass klingt das? Oh mein Gott, Mann. Molasse-Fänger. Oh mein Gott, Mann. Molasse-Fänger drauf. Teil drauf. So, jetzt bauen wir einmal den Topf. Ja. So, meine Freunde. Wir nehmen jetzt ein bisschen Ad Pomenta. Kann ich euch empfehlen. Ja, Ad Pomenta Carpe Diamantes. Richtig. Boah, Ron, riech mal wie geil das ist. Riech, 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 Bruder. Boah, saftig. Davon machen wir jetzt die Hälfte rein. Nico, komm raus aus dem Hamsterrad, Mann. Hier, das bin ich drin. Boah, saftig. Bin drinnen gefangen im Hamsterrad. Dann nehmen wir noch bei der anderen Hälfte ein bisschen Black Nana. Nameless. Auch super saftig. Also hier kommt richtig schön viel Rauch raus. Riech mal, Ron, wie geil. Mhm. Geilo. So. So. Jetzt mal das auf die andere Hälfte mit rein. So. Richtig schön saftig. G-Lock. Chonk's number one fan. Kuss geht los. Komm mal her, Mann. Er kann gar nicht, Mann. Er kann nicht, Dings. Er kann nicht gehen. Holger, gib mal Chonk von mir einen Kuss auf den Mund. Hashtag noch homo. Oh mein Gott, Mann. Das ist Hashtag voll homo, Mann. Oh mein Gott, Mann. Leute, richtig schön. Ich bin noch ein Video schneiden. Daily Vlogger. Richtig rein. Schau, dann muss man unten nach oben. Und dann musst du so... Bei dir oder wo? Nein, bei dir. Also du musst du unten nach oben und dann musst du in die Kamera reinpusten. So. Drehst du auf dich und dann pustest du so raus. Okay, übertreibt man. Ja, das ist echt so. G-Lock, was meinst du am stärksten, Mann? Was ist damit gemeint am stärksten? Das ist die Shisha-Chonk hat sich richtig krass gemacht. Fertig geschnitten. Check gerne die Vlogs ab. Schön geschnitten, schön geschnitten. Saftig, Mann. Wo sind die Nudeln? Das haben wir uns heute gegönnt. Bio-Handnudeln von Kogo. Ihr wisst Bescheid. Gabatko, super saftig. Mit den Zwiebeln rein. Die Vlogs machen Boxen. Dann schaust du ja mal hier mehr, wenn er dagegen ist. Oder fragst du das? Ich frag nur. Fragst du dich drauf? Wenn es verschoben wird, die erste Runde, dann schon. Dann tun wir die Nudeln rein. Weil 26. ist Vlog. Oh mein Gott, schaut das saftig aus. Hier auch mal schön. Die Nudeln werden jetzt einfach hier weitergekocht. Richtig krass. In der Pfanne. Ich schwöre, wieso macht Chong nicht seinen eigenen Foodshop, Mann? Ganz ehrlich, Mann. Ich schwöre, Chong macht seinen eigenen Foodshop, Mann. Schuss auf Tati, Mann. Schuss auf Tati, Mann. Freitagabend ist eigentlich nicht Primetime für uns. Wieso? Zu viel Konkurrenz. Wieso was für Konkurrenz? Also ich hab mir gerade mal hier reingeschaut, wer alles online ist. Wir haben keine Konkurrenz, Mann. Monte zu Klaas. Ani zu Klaas. Es sind doch alles Gamer, oder? Wir sind die krassen Just Chatter, Mann. Also, sag mir mal einen, der sowas Supersaftiges kochen kann jetzt am Freitag, äh, Freitagabend, Mann. Das ist ehrlich, Ding. Das sieht schon saftig aus, Mann. Das schaut endsaftig aus, Mann. Parmesan drauf. Bisschen Parmejano noch drauf. Bisschen. Schmeckt endsaftig. Gönn dir, gönn dir. Pulli, Mann. Pulli, was geht? Was geht ab, Digga? Du wärst Stinky Jochen. Saftig, oder? Oh, jetzt schauen wir mal wo an. Ja, Digga. Danke, danke. Oh, der ist schon scharf. Scharf, Mann. Habt schon seinen Kick? Nudeln perfekt. Perfekt. Nicht zu hart, nicht zu weich. Saftig, Jungs. Kuro, Amfnudeln, Diabolo, Kram. Ja, da sagt er. Cremissimo. Auf jeden Fall gibt's noch soft, die Nachspeise. Oh mein Gott, Mann. Mal probieren. Wir haben ein Mochi Video gedreht. Schaut es gerne an, aber das ist Mochi Eis. Das ist Mochi Eis. Das ist doch geil, ja? Eisgefühl. Taugt sich schon. Das ist nicht die Verpackung, sondern das Stück. Ja, das Stück, nicht die Verpackung, Mann. Oh mein Gott, Mann. Jungs, wir sehen uns. 1 Cent Burger. 1 Cent Burger, ja, Mann. 1 Cent Burger. Chuck Banks. Super saftige Moodle. Nächster Vlog. Nächster Vlog. Ciao. Das war's noch los. Gib gerne ein Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Twitch, Instagram. Investiert in Bitcoin. Ciao. Ciao.